moin leute hier ist wieder euer michael 1er wird jetzt nicht heute spiele ich die karriere mir hat schon michael nein ich möchte nichts kaufen natürlich nehm ich von meins zufällig oder heute spiele ich wieder track also was ist wieder ich spiele zum ersten mal auf diesem kanal track simulator ultimate ich glaube nachfolger von postsimilar zum mate andere lenkrad ihr seht hier andere ja ok gut gleiche steuerung eigentlich ok mir hat schon probe gemacht und nicht schlecht eigentlich so ok ok warte nächste woche praktikum da kann ich jetzt ok jetzt wird die kurbel kurbel schneller alter null überspringung gar nichts so wir können weiter hier fahren ja natürlich so das lenkrad ist ja ein bisschen anders wie ok keine ahnung was das ist wo ist das tor warte mal mir hat natürlich das tor natürlich ein berechnet also leute mir ist doof ok gut neutral also park leute ganz anderes szenario fühle ich was ich jetzt eigentlich ausprobieren möchte ja ok gut kann ich auch spät ausprobieren auch mir droht wird jetzt anhänger ja sei also das sei dass ich so einen großen abstand haben muss mir kann nicht anders so spart man also so spart man also so spart man also die höchstern das ist quasi süß Also grün sollte natürlich zweite Ausfahrt da muss ich aber ganz gut man muss halt blinken muss man ok gut ja wo geht es denn hier überhaupt das licht an ok das ist jetzt ok blendlicht ok das ist ganz normal das ist doch blendlicht oder nicht beim lkw ach wer eigentlich lkw fährt da weiß eigentlich bescheid so ja ein spurig definitiv hat mir was verbrauchen also ich habe geblinkt also mir kann es eigentlich nicht liegen so ne ja schlaf essen was ganz anderes ist das bett ihr könnt so schwer ersehen aber ich weiß ich mit dem zzz mit dem Tracer über d... ach Mist also das ich bin ich auch zu zugs und ultimate genau alter das lassen noch ein passendes intro und dann einer so natürlich nicht wir haben ja die zwei geile spiele und ja das besetzt gefällt mir und wer sich zur runde lernen möchte der kannst ich kann es nur jeden ort empfehlen also es sei jetzt keine erbung oder sonst was sein ich finde einfach die spiele von jene geil so früher mal habe ich so daran gemocht ist ja bester mann einfach hier guckt einfach nicht es ist eigentlich das gleiche system warte mal iolo ist es genau alter als ob okay ja das ist jetzt ein bisschen schwieriger äh das ist ja mega klasse alter wenn man so seinen eigenen unternehmen so weiter wird es mega geil natürlich blinken also ich warte mal oh mein gott natürlich brauche ich mehr platz alter ihr wisst ja ich so wie mit dem bus auch mit dem lkw leute das wird jetzt bald kritisch da vorne sehen wir mal ein konkurrent ach ja moin also ich finde es geil alter neben uns ich habe nicht mal geguckt ja wir müssen ja minus 100 alter äh ach kerke mhm egal leute minus 100 passt schon ja das ist doch der gleiche tunnel ey finde ich mega geil also also noch mit graffitis also dann dann legit best also nicht an den lkw an den tunneln so finde ich mir dann gehen wir da weiter ja ich hab's nicht einmal gewusst ich hab's nicht einmal gewusst alter nein oder jemand kommt ach lol 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 oh mein gott ich hab's ja schon angekündigt dass ich heute spiele hier das gefällt mir einfach also bis auf jetzt das lenkrad aber ansonsten mega legit so also 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 jetzt hast du hier kaum verkehr also so wie beim bus simulator ultimate also du hast hier phasen du gefühlt keine sau mehr da ist oder so ja ich muss mich rechts an ran halten noch nicht also du kannst hier ab und zu mal legit jemanden mit über 100 kamera nicht gewohnt alter ich bin einfach nur zu fett dafür er hat so schnell können wir den leitplan geht gar nicht irgendwie aber ich versuch's mal wenn er jetzt schnell wird dann kann ich es noch locker ja er wird schneller oder ne 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 uff uaa uah 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 u нужно uah locker ist alles geschafft ich bin mir und erste verpackung blitzschüt blitzschüt oh mein gott ich kann nicht mal das Ihr habt es ehrlich gesehen, oder? Ganz klar. Ja, legit, alter. Ey, ich hoffe, es kommt nicht mal sowas. Also, ich bin ja schon vorher befreit. Es wird auch Bambus Summonator Ultimate. Ja. Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. Ja, hier geht's. Also, ich weiß nicht, ob das sein sollte, oder? Nicht, seit dass ich früh geblinkt hab. Ja, ich glaub nicht. Vor allem, ich hätte lieber mit der, ähm. Nicht mit den Tausenden, da, gerechnet. So, ne? Und dann, bevor ich noch in der Leitplanke neu fetz. Ohne Witz, also. Mir hat's wirklich nicht gerechnet. No, flaunt. Ich glaub, das Spiel ist die Route noch nicht gewachsen, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, gut. Also, beim Bissimilar, das ist viel besser. Oder wahrscheinlich, das ist so eine Beta, oder sonst was. Dass die noch was ausprobieren, machen, tun. Ja, exit right. Und geil, dass sie das eingeführt haben. Mit dem hier. Eigentlich. Eigentlich so, ne? Find ich voll mega cool, und. Ich hoffe, die Route klappt viel besser. Fast in der Leitplanke neu gefetzt. Ich saß euch fast. Seine Leitplanke neu gefetzt. Mir geht außen. Jawoll. Wetten, ich tue einem Dings. Den Boss überholen. Lol. 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 Überholt schon fast den Bus. Pfff. Natürlich, oder? Hm. Jetzt zieht. Oh mein Gott. Ja, super. Du musst mich rechts ran halten. Hm. Ah, schade. Ich dachte, ich kann noch den Bus überholen. Oha. Oha. Ja. Also als guter Busfahrer bin ich schon. Guter LKW Fahrer. Also. Super. Also. Was für Bus und LKW. Im Spiel. höchst. Oh. Ooooooh. Boah. Ja, ok. Gut. Ich halt mich mal rechts. ich ja rechts raus muss eigentlich ja ok gut kann eigentlich bald blinken nehmen muss ich Leute zwischen Leitblanko und mir alter hier kann ich nochmal ganz gut wenden ich hoffe ich hoffe es kommt jetzt kein Backfehler alter ich mein das habe ich jetzt aber nicht kommen sehen ja super ich darf jetzt nicht blinken ich mach mal spuren wechsel ich ich erledige es auch gar nicht weil ich habe jetzt mal gemerkt ok gut da bin ich sorry für das minigame ähm ja ich wollte es sagen ja ok gut scheiß auf die Sterne akzeptieren alles ach ich hatte die Situation noch mal also bei jeden ähm bei Trucks Simulator ultimativ als ich jetzt gerade spiele und bei Bus Simulator ähm ultimativ was passiert wenn ich den Mitarbeiter hier rum was für der da ist einfach Misaika ja perfekt zum Teil pd lol der hat statt des DB pd genommen oh da gibt es so eine Firma die pd heißt die ich nicht ja turn right ja turn right ich weiß gar nicht mal ob es grün ist ha 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 ja ist es ja Junge kaum leitblanken challenge ja ok gut jetzt kann ich es auch noch mal machen ja so macht man das heutzutage Alter ich hoffe ich hoffe es packt jetzt nicht ähm natürlich bei der ersten Rute also jetzt ist es die zweite weil die erste ja komplett weg war ich hoffe ich hoffe ich hoffe es ist nicht bei der 800 oder so was komplett rum macht macht's sind Supporter jetzt gerufen dann hm ja die gleiche Route wie kdm eigentlich aber nur bissl länger ist die hm ja ja ist halt die gleiche Route ich habe noch nicht mal Tankstelle gefunden ey genau mir hat nicht mehr auf Kraftstoff wo sehe ich den Auto und noch ach Junge der hält ja nur zwei Ruten aus die der Säckel alter ja ok gut der ist auch Anfangsding also was sollte man von dem erwarten also also pfff ja dafür hält er ein bisschen mehr aus als hm beim Bus eigentlich ja mein Bus ja ok das ist fast meiner wenn man ehrlich ist ich dachte ja schon wegen ach Junge ach ist so was ok gut Leute ich habe gesagt ich mache das meine aus ihr mal der Also da wird jetzt so mein Freund, Vater, glaubt nicht so gut aussehen. Also was heißt hier, nicht so gut aussehen. Ich glaub, der wird mich eher anmotzen. Und lieber Sagen Michi, du hast das und das falsch gemacht. Weil der ist halt LKW-Fahrer. Und ich weiß, ich bin halt so guter LKW-Fahrer. Mir macht's halt nur Spaß, also. Also von daher, sowas zum Machmal, was ich auch eigentlich nie so sage, aber LKW-Fahrer. Sie beim Bus und LKW, also die geben ihr Risiko auf die Autobahn. Die geben eigentlich alles so, ne. Und finde ich einfach mega geil so. Eigentlich ohne LKWs, keine Autos und keine Busse, so. Scheiße, die Logik war ja komplett kacke. Ach Junge, warte mal, mir klingt kurz. Mir zeigt schon an, mir zeigt schon an. Er zieht nach rechts. Oida. Mir zieht. Oh nein. Ohne Ende Gelände. Ohne Ende Gelände. Mir hat Angst. Ja, ich glaub paar Meter noch und dann. Ende Gelände. Sag ich nur. Oh jawoll, nach der Kurve Ende Gelände. Glaub ich. Ja. Ich seh's schon kaum. Also, dann liegt's noch am Spiel dann. Boah, Junge. Ich glaub nach der Brücke geht da ein paar Meter. So, ne. Ja, das ist ja die Kurve. Oh nein. Mir hat ein bisschen Angst. Ich glaub ja. Oh, ich hab mir Angst, Alter. Dass jetzt sowas von deinem Gelände ist. No front, aber ey. Ich. Ja, deine Fert. Genau. Wie es nicht erlaubt ist. Genell. Mir hat nichts verbrochen. Ohne Witz, also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht hab. Also. Oh, jetzt. Warte mal. Hier war. Ja, ab hier war doch Ende Gelände. Ja, moin. Oh, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Hinter. Oh, Gott. Oh, Gott. Kleine Raster. Ja, wie sollte ich das mit dem Anhänger. Anhänger. Oh, Gott. Ja, das schon gewusst. So. So. Na, komm. Geh genau hier perfekt parken. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Sorry, aber. mir möchte halt nix riskieren die 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 Oh, Schwitz! Alter Schwitz! Alter, habt ihr das gerade von mir gesehen? Alter, habt ihr das? Oh! Alter, mich geht das schon mal waschen. Ja, Kraftstoff brauche ich auch noch. Perfekt, hier einparken. Oh! 180 Grad, können wir das miterleben. Alter! Hey, das ist nicht mal bis ganz rein gekommen. Warte mal. Warte mal. Geht es sich gut. Gut. Oh! Oh! Ich könnte noch einmal... Oh mein Gott! Ah, das wird. Ah, das wird. Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ok wartet mal, ich muss sagen wie perfekter, wartet, ich mach kurz eine Wende, Ding, jetzt raus wartet, und jetzt so richtig hart bei hinten, genau so, ok 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 essen er braucht da ist so koffe Pizza, Hotdog, ja, komm, komm, ey, paar Mal, alter, echt, also, pff, das der immer noch nix im Magen hatte, also, leider, sorry für den ganzen Trading, also, dafür kann ich ja nix mehr, hier ist halt nur ein Busrücksetzer einpunkt, perfekt, ja, okay, gut, wenn ich ja, ich bin ja hier vorwärts eigentlich, jetzt hat er noch 99 und schafft ganz gut, ja, okay, gut, Kaffee und Cola, ballern, ich soll sich die ballern, oh, oh, Junge, nein, mir hat schon genügend, ja, das gehe ich jetzt nicht durch, mir ist LKW, Fahrrad, tschüss, oh, ha, so, das Perfekte, es ist mir das verkleinert, so, in einem LKW, höchstens in LL 17, 18, war mein Freund und 19, 20, so, 22 gibt's, ja, doch, ja, doch, also, da hab ich früher mal mit meinem Freund immer gespielt und, ja, da hatte ich immer so einen LKW gehabt, keine Ahnung warum, aber, hm, eigentlich, das konnte man halt nicht so, also, wir konnten halt nicht zur Zeit spielen, dadurch, dass wir die Bildschirme halt nicht trennen konnten, halt, da müsste ich eigentlich auf dem PS4, was dort, oder auf dem PC, eins von beiden, weil dann könnten wir halt beides halt anzocken, dann, aber das hat sich dann gar nicht richtig lohnt, doch schon, aber, ich weiß nicht, ob es auf dem PS4 auch gibt, glaub schon, oder? so, ja, genau, nein, mir hat keinen Hunger, mir hat 90%, so, mir blockiert bei der Straße, nein, ja, schön wär's, mir blinkt, er guckt, linksaußenspiegel, mir blinkt, nicht mehr, und mir lenken, und mir lenken, mir lenken, mir lenken, mir lenken, mir lenken, mir lenken, wir warten, selber mir, ok, gut, oben ist rechts, unten ist links, auch beim Auto, das musste ich mir merken, für einen Führerschein, Leute, weil ich mache tatsächlich diesen Monat auch ganz gute Ankündigungen, ich mache diesen Monat meinen Führerschein, und, ja, ich weiß nicht, wann ich mein Geld bekomme, ich sage nicht, die Summe oder sonst was, ich sage, ich mache diese Woche, also diesen Monat meinte ich, mein Dings, mein Führerschein, ja, dadurch, dass ich empfohlen bekam, von Herrn, und von meinem Opa natürlich, ja, also, der, hat zu mir gesagt, ja, ok, gut, jetzt hat er mal Führerschein, sage ich, ich möchte's machen tatsächlich, und, ich möchte nicht so wie der, hm, 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 machen, einfach mitten, also, anfangen, und dann mitten, aufhören, so, ne, Entweder, man zieht's durch, oder gar nicht, so, ich werde's natürlich, eventuell, also, mir zieht's durch, ist mir egal, ob ich durchfalle, hauptsache, ich hab's probiert, und, mir übt schonmal, ähm, und, und, ja, Oh, abgelegen, hauah, äh, wow, ah, das ist nicht gut, also, normal vollständig wo muss ich parken so ungefähr warte mal in diesem tumult so 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 Okay. Nah, calm. Nah, calm. Ja, kann man so sagen. Ja, boah. Nee, bier. Chillig. Wie viele Sterne? Fünf Sterne natürlich muss sein. Er wird halt nur 20 Minuten gebraucht. Ja, wir Alpine blablabla. Ja, Leute, ich würde an Anfang lang sagen, das war's mit dem Video. Hoffentlich hat's euch gefallen. Abonniert mich für mehr und tschau, Leute. BGEG!